Einen wunderschönen guten Morgen von der Selbener Straße. Heute Behind the Scenes Team-Fotoshooting. Wisst ihr, was uns wirklich richtig zugute kommt, ist, dass wir so nah dran sind. Wir sind hier direkt am Trainingsplatz. Hinter mir ist das FC Bayern TV Studio, wo jetzt gleich das Fotoshooting stattfindet. Das heißt, die Spieler haben keinen weiten Weg, kommen aus der Kabine, ziehen sich um, sind dann bei uns im Studio, machen hier Foto, machen hier ein Videodreh und können dann wieder auf den Trainingsplatz. Und das ist das ganz Besondere. Also hier hinter mir das Studio. Und da schauen wir jetzt mal rein. Deko steht, Vorbereitungen laufen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Spieler. So, jetzt schauen wir mal, wo die Spieler bleiben. Morgen. Hier bist du vorhin. Hoffentlich. Morgen. Morgen. Direkt zur Tabellenspitze. Genau. Immer nach oben. Treppen steigen. Ja. Oder mit der Aufzug. Mit der Aufzug immer schneller. Ja. Schau mal, Ulle den armen Kopf. Er muss schon auch da mal Ulle filmen, damit die Leute wissen, was gemeint ist. Und mit der Rumpel. Ja. Hart-Arbeiter im Shooting. Der hat sogar unter die Schiene den Stutz angezogen. Schau dir das machen. Thomas, wer schaut am besten aus auf dem Mannschaftsfoto? Der Ulle. Ja wirklich. Jetzt oben rum. Schau mal, der Ulle, der ist echt ein Playboy. Ja wirklich. Wer am besten aussieht. Der hat sich schon im ganzen Schwabenland rumgesprochen. Zeit fürs Teamfoto. Hässchen Los. Von Laf. Dies ist行了. Er natut sich今日は einen L hormoneser. depends. Man effelt auf die Schňerle der Mutter im Er wird mit fattig startief. Neil Topes. Einen... Ich habe den größten Oberhafen. Ja, der ist das Oberhafen. Ist er gut? Ein Hauptsache! Ist er gut? Oh, superladen. Danke dir, danke dir. Ist nicht erstaunt. Er hat große Muskeln. Happy mit der Fölle? Ich bin sehr glücklich. Ich habe nicht gesehen, aber... Ich bin Volgenik, so... Ja, genau. Wie war es, Franzi? Es war gut. Ein guter Tag mit der Fölle. Wer sieht besser aus der Fölle? Wer sieht besser aus? Ich denke mir. Ich glaube, mein Haar war gut. Ich habe keine Haare-Cut. Ich habe immer gut aus dem Haar-Cut. Ich denke, ich sehe besser aus dem Haar-Cut. Ich denke, ich sehe besser aus dem Haar-Cut. Ich denke, er sieht besser aus dem Haar-Cut. Ich denke, er sieht besser aus dem Haar-Cut. Ich denke, er sieht besser aus dem Haar-Cut. Thomas hat das schon lange gemacht. Er weiß die Träger, um Grupp照片 zu nehmen. Danke, Franzi. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind hier noch am Trainingsplatz. Gleich Mannschaftstraining hinter verschlossenen Vorhängen. Da sind wir jetzt natürlich nicht mit Kamera dabei. Aber schreibt gerne in die Kommentare, was wir uns mal anschauen sollen, wo wir Behind-the-Scenes dabei sein sollen, was ihr mal sehen wollt. Und wir setzen es dann gerne um. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.